Ihr hört sich willkommen zu diesem kurzen Infovideo auf Fischkopp TV. Hier ist euer Fischkopp und die meisten von euch werden es schon gehört haben. Ich habe mich entschieden den Zombie-Modus auf Kiesjaws-Kanal zu verlassen. Und das hat so seine Gründe. Zum einen will ich so ein bisschen meinen eigenen Weg finden und einfach mal mein eigenes Ding durchziehen. Und zum anderen hatte ich einfach nicht mehr so ganz so viel Spaß am Ende. Und für mich muss das hier alles einfach unglaublich viel Spaß machen, sonst möchte ich das einfach nicht machen. Ich meine, ich habe ja auch eine Arbeit, da muss ich halt hin. Und ich mache das hier aus Leidenschaft. Und das soll einfach grandios sein und klicken und harmonisch sein und so war es für mich am Ende halt nicht. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich irgendwie mit Kiesjaws nicht mehr gut bin. Wir haben uns immer prächtig verstanden. Keiner hat sich zu irgendeinem Zeitpunkt gestritten oder irgendwie so ein Quatsch. Und nur weil wir da beim Zocken uns ein bisschen ankabbeln, das ist ja total normal. Das war doch beim Zombie-Modus schon immer normal. Und das habt ihr doch auch genossen daran. Also bitte fort und gang runter an die von euch, die so ein bisschen da ein bisschen forsch vorgegangen sind. So ein bisschen gehetzt haben. Das fand ich überhaupt nicht cool. Und die meisten von euch haben aber zum Glück respektiert, was ich da entschieden habe. Und haben auch verstanden, dass das überhaupt nicht von Dalu-Kart oder von Kies ausging. Das sind total coole Jungs, mit denen ich super viel Spaß hatte. Also bitte, bitte versteht einfach nur, dass ich einfach keine Lust mehr hatte und jetzt einfach die Entscheidung getroffen habe. Vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Ich hoffe, ihr versteht das Ganze. Das war euer Fischkopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.